Das ist die kleine Klara mit ihrer Mama Christina. Klara kam am 18. November als Frühchen fast 16 Wochen zu früh zur Welt. Sie wog damals nur 480 Gramm. Die ersten Wochen waren extrem schwierig, nicht nur für das winzige Baby, sondern auch für die jungen Eltern. Die frühe Entbindung, Angst, Sorgen und die psychische Belastung führen meist dazu, dass viele Frühchenmamas am Anfang keine Muttermilch haben. Ein Problem, vor dem auch Klaras Mama stand. Es war am Anfang ganz, ganz schwer, weil man steht so unter psychischem Stress. Man hat selber einen Druck, den man sich macht. Man ist überhaupt nicht belastbar. Und dadurch war ich froh, dass wir Hilfe bekommen haben, weil dann fällt der Druck als Mama einfach weg, dass man Milch bringen muss und geben muss, bis einfach die Milchproduktion in Gang kommt. Und deswegen bin ich echt froh, dass wir das in Kauf nehmen haben dürfen. Die kleine Klara erhielt Hilfe. Sie bekam in den ersten Tagen gespendete Muttermilch einer anderen Frühchenmama. An vielen Geburtskliniken, wie hier am Josefinum, gibt es dafür mittlerweile eine eigene Frauenmilchbank. Dank der Frauenmilchspenden können Frühchen in den ersten Lebenstagen mit der für sie so wichtigen Muttermilch ernährt werden. So lange, bis die eigene Mama Muttermilch geben kann. Denn Muttermilch ist weit mehr als nur Nahrung. Da sind auch Abwehrstoffe, Wachstumsfaktoren und auch Bakterien mit drin. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil die Frühchen noch einen ganz unreifen Darm haben und eben auch noch keine normale Darmflora. Und deswegen sind sie so sehr gefährdet für auch Darmentzündungen oder andere Infektionen. Und da ist Muttermilch nicht nur Ernährung, sondern auch ein Medikament. Und gerade deshalb ist Muttermilch erwiesenermaßen für Frühchen auch so wichtig in den ersten kritischen Wochen. Christina Halm ist dankbar, dass sie für ihr Baby Klara diese Hilfe sofort bekommen hat. Deshalb war für sie auch gleich klar, dass auch sie helfen möchte, wenn sie kann. Ich finde, es hat jedes Frühchen das verdient, dass sie einfach Hilfe bekommen kann und auch annehmen kann. Uns wurde auch geholfen und ich war echt dankbar, dass uns geholfen worden ist. Und deswegen finde ich halt, es ist ergeben und ernehmen. Und ich bin auch froh, dass sie anderen helfen kann. Und so wie Christina Halm helfen auch viele andere Frühchenmütter, damit möglichst allen schwachen Frühgeborenen diese wertvolle Nahrung gefüttert werden kann und sie so Kraft bekommen und schnell wachsen können. Die kleine Klara hat seit ihrer Geburt schon ordentlich an Gewicht zugelegt. Mittlerweile wiegt das Baby knapp 1400 Gramm. Immer noch sehr wenig, aber Klara ist dank Muttermilch und dank Muttermilch-Spenden direkt nach der Geburt auf einem sehr guten Weg und wird hoffentlich schon bald nicht mehr auf die vielen Schläuche angewiesen sein, sondern von ihrer Mama im Arm gestillt werden können.